Moin Moin und willkommen zur 168. Folge The British Forces. Wir spielen USA, wir spielen 4v4 und zwar zusammen mit einem USA, einem Briten und einem Sowjet. Sowjet kann ich nicht lesen. USA ist B95 KG. Entschuldigung. Und unser Brite ist Kapitalism Ho. Ja, und wir haben dreimal OKW, Shin SSI, Defrosted Tuna und, ja, kann ich mal wieder nicht lesen, wieder irgendwelche Katakanas. Und dann haben wir noch Gompami als Wehrmacht. Ja, und ich würde auf jeden Fall gerne noch bei der schweren Kavallerie bleiben. Auf mehreren Gründen. Und ja, jetzt muss ich auch nochmal meckern. Oh Gott, nee, also ich bin jetzt wirklich eine geschlagene Stunde jetzt hier dabei. Nein, gelogen. Was rede ich da? Zwei Stunden bin ich jetzt hier schon dabei. Und zu versuchen, eine Folge aufzunehmen. Alter, was ist denn da im Moment los? Keine Ahnung, entweder einer geht raus, einer lädt nicht mit oder sonst irgendwas. Ah, super. Jetzt haben wir hier auch gleich direkt das Kübelwagen. Das ist ziemlich uncool. Ah, da ist unser Trupp. Der muss auf jeden Fall mal mit draufhalten. So, geht mal ein bisschen mit ran. Ja, wo bleiben jetzt unsere Kollegen? Da kommen sie. Da warten wir noch einen kleinen Moment. Ich bin sogar echt am Überlegen, hier gleich einen Bunker zu setzen. Warten wir wohl noch ein bisschen. Ja, ja. Ein bisschen kannst du uns ziehen damit, aber auch nur so ein bisschen. Okay, hier sind zwei OKWler. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So. Wenn wir die jetzt unterdrücken könnten, wäre das natürlich genial. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das schaffen wir nicht. Ja, dieser Dreckskübelwagen, gell? Den musst du halt erstmal weg. Äh. Da kommt ein bisschen viel Schaden rein. Da kommt ein bisschen viel Schaden rein. Ich glaube, wie viele sind denn das hier? Das sind auf jeden Fall zu viele für uns aktuell. Hm. Das ist weniger schön. Das ist echt weniger schön. Aber komm, wir bauen hier hinten mal schnell einen Bunker. Ich glaube, der könnte uns hier ganz gut helfen jetzt. Ich glaube... Oh, fuck it. So viel dazu. Ist ja auch noch genau rechtzeitig gerade gekommen. So ein Scheiß. Ah, du mit deinem Scheiß Sturm Pios. Du mit deinem Scheiß Sturm Pios, ey. Ja. Insel ist lost. Super. Oh, Mann, ey. Was ist denn das hier schon wieder für ein Anfang? Wow. Ah. Gut. Bin ich ja mal gespannt, ob sie darauf reagieren werden. Oh, oh, oh. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, wenn sie sich jetzt hier nochmal gefangen bekommen sollten, dann könnte das ja sogar nochmal ein bisschen klappen. Oh, so ein bisschen was wegschießen tun wir ja. Die umbisschen. Die ziehen sich aber auch immer wieder viel zu schnell zurück, ey. Äh. Anstatt sich mal auf diese scheiß Insel zu konzentrieren. Nein. Muss nicht. Wen interessiert dann die Insel? Ah, super. Können dann wohl auch gleich weg. Ja, oder auch gar nicht mehr. Klasse. Alter. Oh, Mann. Ich sag da nix zu. Ich sag da absolut nix zu. Da kann man auch nicht allzu viel zu sagen. Na, kriegen wir den. Ah, den haben wir immerhin. Bewegt euch. Bewegt euch. Alter, wie wir hier echt keine Chance haben, gegen anzugehen. Ey, er läuft einfach gerade vorbei. Das ist so unglaublich. Was machen die denn da? Wo sind die mit dem Kopf? Das ist mal ernsthaft. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, komm. Da können wir weg. Ei, 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 Leute, ey. Ei, 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 ei. In Ordnung. Bewegt euch. Ich glaube, die haben das noch nicht so ganz abgerafft. Ich bin mir auch gerade überhaupt nicht sicher. Also ich... Wir können auch im Moment nichts anderes machen, als weiter da drauf zu laufen. Das ist das Behinderte. Wir müssen einfach da was kriegen. Ja, super. Geil. Ja. Das ist verloren. Wir haben verloren. Wir haben keine Fahrzeuge. Wir haben schon die ersten Fahrzeuge. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas groß haben, um das wegzukriegen. Okay, er kriegt den scheinbar ja doch weg. Den müssen wir mal versuchen zu pinnen. Was anderes können wir gar nicht machen. Bringt da nichts. Oh, geil. Dann sind da auch noch Bomben. Super. 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 Einfach keine Chance, da irgendwas zu tun. Na, könnt ihr den wegfokussen? Das wäre immerhin etwas. Komm schon. Fokuss den einfach weg. Ne. Gehen da vielleicht? Auch nicht. Alter, wie der am Nerven ist, ey. Was willst du von mir? Geh mir nicht auf den Keks, ey. Ohne Witz. Geh mir nicht auf den Keks. Ah, shit. Da ist auch noch ein MG. Boah, ey. Wir haben hier voll... Ne, hab ich auch nicht vor. Ich will ihn nur weiter unter Druck setzen. Lass mich mal schön machen. Hier. Lass mich mal machen. So. Einmal nachtanken hier. Meine Güte nochmal. Wir brauchen trotzdem irgendwas gegen Panzer. Ja. Wir müssen die Tag-Stufe hier einfach nehmen. Geht nicht anders. So, hopp, 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 hopp. Da ist unser MG. Jetzt kommen sie. So, wir müssen auf jeden Fall mal hier oben rum. Oh, oh, oh. Wir müssen den auf jeden Fall mal abfangen. Alter. Alter. Was da alles kommt. Wow. Das ist ein bisschen heftig. Ich bin mir grad nicht sicher. Ja. Ja. Was soll ich machen, Vogel, ey? Willst du uns jetzt... Ey, er hat uns alleine gelassen. Ey, what the fuck? Das ist ein bisschen heftig. Ja, da brauchen wir auch nicht gegenhalten. Das macht keinen Sinn so. Oh Gott. Wir verlieren das Spiel. Definitiv. Also da bin ich mir echt sicher. Oh Mann. Tja. Wieder komplett von der Insel vertrieben. Hm. Hm, hm, hm. Das sieht alles sehr scheiße aus. Um ehrlich zu sein. Der Lux steht auch immer noch. Na gut, wir hätten jetzt eigentlich mal die Bewaffnung mitnehmen sollen. War vielleicht auch ein bisschen blöd. Na ja. Egal. Äh, wo läuft er denn jetzt hin? Wo läuft er denn jetzt hin? Hm. Ja, so lange dauert das aber eigentlich nicht mehr. Bleiben die nochmal. Besser ist das. Kommt schon. Macht Henne. Alter, ihr sollt euch doch nur dahin bewegen. So. Waffen. 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 Und. Ah, ein Munition. Zack. Perfekt. Man muss doch sogar komplett hinbekommen hier. Ja. Also ich finde das nicht gut, dass der sich jetzt auch noch darauf konzentriert. Hm. Hm, hm, hm. Naja. Schauen wir uns das mal an. Was wir hier so sehen. Guck mal, da kommen sie doch schon. Da kommen sie doch schon. Ah, und wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. So. Wir sind bereit zu abmarsch. Wir wollen hier aber auch nicht kämpfen. Die Schweine. Wir sind bereit zu abmarsch. Wieso laufen die eigentlich da lang? Wieso laufen die da lang? Was soll der Scheiß? Oh ja. Alter. Was für eine Aktion wieder hier, ne? Oh Mann. So. Ich möchte jetzt mal, dass ihr da mal rauf haltet. Ja, jetzt laufen sie doch. Jetzt laufen sie doch mal. Ja. Und da haben wir jetzt natürlich nichts gegen. Alter, wie viele sind denn hier insgesamt? Also, wow. Ränder müsst ihr abschießen. Niemand anderen. Guck mal, was da kommt. Okay. Schaffen wir das dann noch, um es zurückzuziehen? Wir müssen uns zurückziehen. Wobei. Krankenwagen ran hier. Komm schon. Krankenwagen ran hier. Sehr gut. Oh, fuck it. Der hat da schon irgendwo eine Basis aufgebaut, der Sack. Egal. Nachrüsten. Schnell, schnell, schnell. Soweit, so gut. Okay. Hm. Wow. Wir haben mal echt die Insel komplett. Okay. Das Domme ist nur, dass wir da gegen das Ding nicht gegen angehen können. Da können wir nichts machen. Ja. Ein Stück zurück. Da sollten wir nicht kämpfen. Bom, 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 bom. Genau. So. Tü, 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 tü. Ja, wir haben hier auch ordentlich Firepower. So ist es nicht. Oh, guck mal da. Wenn wir den kriegen würden, ne? Was für eine Bombe. Alter, das gibt's doch nicht. Dass der da wieder weggekommen ist. Ah, wir haben hier eine ganz schöne Horde, ne? Zu viel für ihn. Viel zu viel für ihn. Okay, aber so langsam brauchen wir echt mal irgendwas gegen Panzer. Männer, das war echt Bombe. Bleibt doch mal stehen. Wir reparieren nicht mal eben. Alles kein Thema. Aber nur mit dem Treibstoff da unten, das gefällt mir noch nicht. Das bräuchten wir eigentlich noch mal. Tü, 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 tü. Ja, toi, toi, toi. Haben wir das jetzt so gehalten bekommen? Könnte das sogar klappen. Das ziehen wir mal hier rüber. Lassen wir mal auch da mit drauf halten. So. Und ihr Jungs, baut mal hier jetzt einen Bunker. Ja, wir haben es ja gerade. So ein bisschen. Okay. Da kommt er jetzt. Alles klar. Da brauchen wir auch noch mal einen Bunker. So. Kommt er jetzt da ran? Oder was hat er vor? Ja. Da kommt er jetzt. 200 Punkte. Ja. Da kommt aber auch noch was. Weniger geil. Naja, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Also lieber da hin. Alter. Was willst du von mir? Ich bau ihn jetzt auf, ja. Das mach ich. Nee. Ein Stück zurück. Wo ist denn der jetzt? Braucht noch einen Moment. Okay. Wow. Das ist jetzt gar nicht schön. Aber geht noch so halbwegs. Nicht so gut geklappt, war. Jetzt geben wir ihnen da noch mal Rauch mit rein. Ähm. Nicht geil. Gar nicht geil. So. So. Wieso haben ich die denn jetzt zurückgezogen? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Der muss auch noch mal weg. So. Ballert. Ballert, 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 ballert. Äh. Im Moment kommen wir nur nicht auf Manpower. Um irgendwie... ...da was machen zu können. So. Das schaut auch ganz gut aus. Nicht zu weit. Äh. Er geht viel zu weit, meiner Meinung nach. Sollte er nicht tun. So. Nach vorne. Auch nochmal nach vorne. Komm, 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 komm. Komm. So. 3,50. Ein bisschen was fehlt immer noch. Ein bisschen was fehlt immer noch. Okay. Ah, wir können es zumindest hier locker halten. Das hat echt super Wert. Wenn wir da jetzt noch irgendwie Sicht bekommen würden. Ah, okay. Er macht das. Alles klar. Decken ihn ein bisschen. Dass er hier nicht einfach weggeschossen wird. Super. Äh, okay. Kannst du da mal... Wir haben immer noch keine Granaten geholt. Ja, ich hab's gesehen. Da kommen auch noch ganz viele. Da kommen auch ganz viele. Oh, 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 oh Jetzt locken die sich da gegenseitig. Das muss noch nicht sein. Ei, 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 ei. Jetzt kommen sie nochmal. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Nicht zu nah, nicht zu nah. Uiuiui. Uiuiuiui. Können sie auf jeden Fall noch ein bisschen hier weghalten. Noch. Wenn ihr den mal weghauen könntet. Kommt schon. Das wäre geil. Kommt schon, kommt schon. Ah. Jetzt mach den nochmal kaputt, Mensch. Ist ja immer noch heil. Okay, einer will raus. Ey. Okay. Wollt schon sagen. Gar nicht angehen. Dies gar noch nicht angehen. Okay. Das trifft mal gar nichts. Dies trifft mal gar nichts. Dies trifft mal gar nichts. Ja, toi, toi, toi. Wir haben echt so viel. Ei, Moment mal. Wir brauchen unbedingt meinen Power. Wir brauchen unbedingt mehr einen Power. Äh. Ja, du bist ja auch geil. Ein Stück zurück vielleicht. Wie wär das? Genau. So schnell können wir den auch nicht wegmachen. Ein bisschen Zeit verlaufen wir schon. So. Na, Drecksflack. Egal. Juckt uns grad nicht. Okay. Wo sind die denn? Ach, da. Ist schon alles gut. Ey, jetzt sparen wir auch endlich mal ein bisschen Manpower an hier. Mann, 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 ey. Nach so einem verkorksten Anfang, ne? Weil das war definitiv. Ah, guck mal da. Guckst du mal da. Können wir den irgendwie ärgern? Ah, so ein bisschen, ne? Einfach mal so hart vor reinlaufen. Ob das so gut war? Ich weiß ja nicht. Ja, komm. Die wollen's ja nicht übertreiben. Wir wollen das ja nicht übertreiben. Und den wollen wir auch noch mal ein bisschen sparen. Für den hier. Geht ja jetzt nicht mehr so viel. 66 Punkte nur noch. Hm. Mach hinne. Schneller, 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 schneller. Jetzt. Sehr gut. So. Die lassen wir hier. Aber die kämpfen. Schneller, kämpfen. Kämpfen. Ihr müsst kämpfen. Allesamt, ihr müsst kämpfen. Bringen wir den. Den haben wir erwischt. Na, egal. Einmal zurück. Dum, 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 dum. Da kommt endlich unser Panzer. Endlich, endlich. Endlich, 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 endlich. Oh, Isaac. Warte, wir können uns gleich sogar noch ein Dings holen. Theoretisch gesehen. Oh. Nach, sag mal schnell. Ein Jackson. Na, ihr. Na, ihr. Na, ihr. Na, ihr. Komm schon. Okay. Vielleicht nicht so gut. Gebe ich zu. Aber egal. Da ist auch schon rum. Hat er wenigstens nochmal schießen können. Aber was war das für ein Start, ey. Das war echt ein ganz komischer Start. Meine Güte nochmal. Ja, kaum hatten wir die Insel, ne. Hat sich das dann auch langsam gedreht. Ah, es ist echt merkwürdig. Dass die Leute da immer so wenig Fokus drauflegen. Das verstehe ich immer nicht. Ich meine, im Süden ist der Treibstoffpunkt. In der Mitte ist der Treibstoffpunkt. Ne. Was soll man da noch zu sagen? Sagt doch eigentlich schon alles, wo man hin sollte. Ja, Schaden haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Interessant. War jetzt auch gar nicht so lang. Und ich hab eigentlich ehrlich gesagt auch gedacht, das verlieren wir. Muss ich eingestehen. Muss ich echt eingestehen. Wow. Hauptmann hat ja richtig rausgehauen. Geht da gut ab. Selbst die Ranger für die relativ kurze Zeit. Ja. Ja. 8%. Wow. Naja, immerhin. Er hat geschossen, ne. Immerhin etwas. Er war nicht komplett sinnlos. Ja. Was haben wir denn eigentlich verloren? Ein Pio-Trupp war das, ne. Also von daher haben wir uns eigentlich relativ gut noch angestellt. Würde ich sagen. Na ja. Trotzdem war das irgendwie ein komisches Spiel. Irgendwie war das ein komisches Spiel. Egal. Wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Und ich fand es so schlecht war es auch nicht. Und ja. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Spiel. Also. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.